Magmatron-Einheit aktiviert. Umleitung überschüttiger Energie zur Magmatron-Einheit. Flammenwerfer wird aktiviert. Ach, ich schieb ihn noch immer. Wie hat es da sein? Ja... Wir haben jetzt den Link in den Teesspaar. Jetzt die Elektronen verteilen! Magmatron-Einheit 4G-Aktiv! Let's have Light of Sudani. Now, Carnotron is active. Ich kann nicht unterbrechen. Doch, ich kann. Kannst du jeden unterbrechen oder geht das nicht aus? Ähm, wenn ich Proc hab und mir den Global Cool dann aufhebe extra, dann in der Theorie schon. Switchen gleich. Jetzt switchen. Toxie. Tox. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Hahaha. Lauf! 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 Hahaha. Lauf! 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 Arcanutron Zwitschen, Schlagen Zwitschen, Schlagen Zwitschen, Schlagen Zwitschen 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 Zwitsch 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 Pats Seloura, Kretok und Vali Nicht so weit rauslaufen Auf Elektron, ja Das war ein Koss Yep